Hallo meine Lieben, heute kommt nach sehr langer Zeit mal wieder ein Video von mir und erstmal wollte ich euch sagen, warum jetzt keine Kamen. Ich habe ja eigentlich euch versprochen, dass ich wieder regelmäßig Videos mache und habe es natürlich wieder nicht eingehalten. Und ich kann mich jetzt natürlich nicht rausreden, aber versuche ich mal trotzdem. Und zwar hatte ich vor den, also ich hatte in den letzten beiden Wochen Ferien, da war ich viel verreist, wie vielleicht einige von euch auch mitbekommen haben, die mir auf Snapchat folgen. Und davor hatte ich Praktikum, da war ich immer erst richtig spät abends zu Hause und dann war ich auch immer richtig fertig und darum habe ich es irgendwie nie geschafft, ein Video zu drehen. Aber darum drehe ich jetzt eins für euch und zwar ein DM-Haul nach sehr langer Zeit, weil sich das richtig viele von euch gewünscht haben. Ich glaube, das ist nicht so spannend, weil ich nicht so viel gekauft habe, aber mir sind halt schon einige Sachen leer gegangen und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Als erstes habe ich mir gekauft eine Tücherbox, richtig unspektakulär, aber ich brauche immer eine Tücherbox in meinem Zimmer. Weil, wenn man mal niesen muss, also ich... Ach, was ist das? Jetzt weiß ich jetzt irgendwie zweideutig an. Äh, auf jeden Fall halt auch mit einer Tücherbox, finde ich. Und da habe ich die genommen zum Sornhaut ist dann eigentlich richtig uninteressant. Dann habe ich mir eine Haarbürste gekauft und zwar hatte ich immer nur so eine Kinderbürste mit so... Mit nur diesen Borsten da aus Plastik. Jetzt war ich gar nicht gut für die Haare und so ein Daumen. Da dachte ich, ich kaufe jetzt eigentlich mal eine neue. Und zwar hat die so gescheite Borsten, wie diese Schweineborsten, das ist aus Kunststoff... Ah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es mit solchen Borsten, aber ich finde, man braucht eine gescheite Haarbürste, weil dann glänzen die Haare viel schöner und so. Und ich hatte nur so eine Rolle. Dann noch etwas unspektakuläres und zwar einfach Wattestäbchen. Habe ich mir einfach so eine kleine Packung nachgekauft. Als nächstes habe ich mir ungefähr zum ersten Mal... Ich dachte, das wäre ein Conditioner, das ist aber eine Spülung. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Unterschied ist. Keine Ahnung, ich kenne mich damit gar nicht aus, aber es hat mir eine Freundin empfohlen. Und so, das ist vom Balea Professional, der Oil Repair Spülung. Die Oil Repair Spülung. Cool, das ist so gut, Englisch und Deutsch kann. Auf jeden Fall. Und das soll halt... Ach, Leute. Das ist halt auf jeden Fall mit Öl und soll die Haare gut pflegen und leichter durchkämmen. Und alles und es riecht irgendwie richtig gut. Bisschen nach Vanille, finde ich. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren und schauen, ob mir das taucht. Jetzt kommen wir auch mal zu den etwas interessanteren Sachen. Und zwar habe ich mir... Okay, das ist immer noch auf, das war aber egal. Auf jeden Fall habe ich mir von LaBello diese Lip Butter gekauft. Und zwar in der Richtung Kakao. Weil ich creme immer abends meine Lippen so richtig fett mit Lip Butter ein, damit die richtig schön weich werden. Was eigentlich auch richtig funktioniert. Und ich habe meine Lip Butters jetzt alle aufgebraucht. Dann habe ich mir eine neue gekauft. Dann habe ich mir von Salt House eine Totes Meer Therapie Maske gekauft. Die soll halt richtig gut für die Haut sein, weil die halt richtig natürlich ist und so. Und mit Totem Meersalz halt. Und die soll halt gegen Unreinheit und Rötungen helfen. Und ich werde die auf jeden Fall mal ausprobieren und schauen, ob die funktioniert. Und ja. Als nächstes habe ich mir meine Glamour-Domascara nachgekauft. Wieder in Wasserfest. Ich liebe diese Mascara einfach. Und darum kaufe ich die auch immer wieder nach. Weil ich finde, die trennt einfach die Wimpern an Pannen am allerschönsten. Und die ist auch nicht teuer. Darum könnt ihr euch echt empfehlen. Als nächstes habe ich mir einen neuen Concealer gekauft. Weil wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich ein bisschen bräuner als normalerweise. Und darum sind mir natürlich alle meine alten Concealer zu hell. Und ich habe mir jetzt einen von Maybelline gekauft. Weil irgendwie alle Concealer in der Drogerie zu hell für meine Haut waren. Das ist schon irgendwie echt bitter. Aber ja. Auf jeden Fall habe ich dann... Also der ist ja auch aus der Drogerie. Das war der einzigste irgendwie in meiner Hautfarbe. Ansatzweise. Der ist eigentlich immer noch zu hell. Und zwar ist es von Maybelline. Der Superstay Better Skin. Concealer in der Farbe 03 Medium. Und der ist richtig, richtig deckend. Also ich habe den auf der Hand ausprobiert. Den Tester. Und ja. Der wäre auch etwas teurer. Also der hat 6 Euro gekostet. Und ich hoffe, der funktioniert jetzt auch. Weil da ist halt echt wenig drin. 11 Milliliter nur. Also ihr seht, das ist echt klein. Und ja. Ich hoffe, der taubt was. Dann habe ich mir von Essence das Eyebrow Gel nachgekauft. Ich finde es eigentlich sehr gut. Also das ist ja so ein Dupe zum... Also eigentlich ein Dupe zum NYX Eyebrow Gel. Das ist dann wiederum ein Dupe zum Anastasia Beverly Hills Ding. Und irgendwie eine Freundin mir hat das nix. Und sie sagt, ja, das ist schon gut. Aber im Sommer, wenn es das mehr. Weil ich wollte mir eigentlich das von nix kaufen. Und dachte ich, ja okay, kauf mir das jetzt einfach nochmal nach. Weil ich fand es eigentlich ganz gut. Also meine Augenbrauen sind jetzt gerade auch damit gemacht. Ihr seht, das ist halt meine Haarfarbe. Und für 3 oder 4 Euro oder wie viel das kostet, ist das halt echt voll okay. Weil es ist gut pigmentiert. Muss man ein bisschen mehr nehmen. Aber es hält auch relativ lange. Und darum kann ich nichts dagegen sagen. Und zum Guteil jetzt habe ich noch was Megaspannendes in meiner Tüte. Und zwar eine Zahnpasta. Ja, einfach von Blendermed. Die Complete Plus milde, frische. Bei meiner Zahnpasta. Aber warum kostet meine Zahnpasta? Wow. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinem Haul. Ihr seht, ich bin leicht verpeilt heute. Wie immer. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, jetzt kommen auch langsam wieder regelmäßiger Videos. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hoffe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, regelmäßiger. Regel. Langsam mal wieder regelmäßiger. Gemäßig, ja.